Leute, wenn ihr im Ausland Abenteuer erleben wollt, aber ihr so minimalistisch wie möglich eingepackt sein müsst, weil ihr zu wenig Geld dazu habt, um Zusatzgepäck im Flugzeug mitzubuchen oder euch das Geld zu schade ist, dann nehmt auf jeden Fall diese Müllsäcke. Die sind richtig geil. Die haben richtig gerettet. Und die verbraucht noch wenig Platz. Das sind 240 Liter Müllsäcke. Holt euch einen Fünferpack oder so. Wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir auf jeden Fall noch viel weniger Komfort gehabt. Dann wird der Schlafsack noch viel öfters nass. Also so richtig durchfeuchtet, durchnässt. Das bietet Regenschutz und Windschutz und Bodenschutz und sowas. Das ist richtig geil. Und ganz alternativ könnte man daraus ein Tarp bauen, wenn man ein Tape dabei hätte. Guten Morgen. Wir haben im Müllsack geschlafen. Das war zwar sehr regnerisch und windig und der Schlafsack ist ein bisschen feucht. Aber das hat ein bisschen geklappt. Vielen Dank.